Riesige Glasfotos an den Wänden, Kacheln mit Fotomotiven in Küche und Badezimmer, Fotoplatten als Tisch oder Schiebetür, begehbare Fotofußböden, Fotos auf Tapeten oder Teil von Möbeln. Mit Fotos, Wohnen und Leben ist ein Wachstumstrend. Bisher ist klassische Situation, Bilder hängen immer an der Wand. In irgendeiner Form. Jetzt ist es möglich, mit Hilfe der Technik, die wir entwickelt haben, Bilder auch in den Raum reinzubringen. Diese einzigartige Form der Raumgestaltung lässt sich erst durch die Entwicklung der innovativen Technik VIEW realisieren. Die Technik kommt aus dem fotografischen Bereich und aus der Glasindustrie. Das erste, was im Prinzip im Produktionsprozess geschieht, ist, dass fotografisches Material klassisch belichtet und photochemisch entwickelt wird. Diese Produkte werden bei uns hergestellt mit modernen Anlagen. Und im nächsten Schritt werden diese ausbelichteten Materialien zwischen zwei Glasscheiben im Vakuum verbunden. Und man hat natürlich den Vorteil jetzt, man kann diesen Riesenwerkstoff, wie wir das nennen, in jeder Form weiterverarbeiten. Die Fotokina 2012, die weltweit größte Fotomesse, präsentiert das Projekt Living Picture. Fotos werden in Möbel und Gebrauchsobjekte integriert und bilden so die Grundlage für das einzigartige Wohnerlebnis auf der Fotokina. Gestaltet wird Living Picture von Uli Greifels. Der renommierte Fotograf mit Büros in Köln und London entwickelt das Gesamtkonzept für die Wohnung. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Also eine Wohnung gebaut aus Bildern und das ist sehr, sehr spannend. Ich habe mir zunächst ein Überthema überlegt. Das ist der Begriff der vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft. In der Mythologie gibt es dann auch noch ein fünftes Element. Das ist die Emotion, die Liebe, die noch darüber schwebt und das ist das übergeordnete Thema. Für das Fotowohnerlebnis braucht man besonders große Bilder in besonders guter Auflösung. Das erfordert eine gewisse technische Vorgehensweise, mit der man bestmögliche Voraussetzungen schafft, um sein eigenes Bild so groß vergrößern zu können. Deshalb bietet Uli Greifels zusätzlich zu dem Erlebnis Living Picture auf der Fotokina 2012 Workshops für Profi- und Amateurfotografen an. Das ermöglicht im Anschluss jedem sein Lieblingsbild in ein Wohnaccessoire zu integrieren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.